Es ist wirklich toll, dass Sie da sind, weil die spanische Presse hat auf Sie, auf Jan Frodeno, Toni Nadal sowieso, aber das waren die Nachrichten, Mensch, der BVB, kann man mal sehen, was der in Spanien auch bedeutet, hätten Sie es hier gedacht? Ja, ehrlich schon. Ja, klar. Nein, nein, also, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund sicherlich die Zugpferde auch im Fußball sind in Deutschland und dann natürlich auch nach Europa ausstrahlen, ist ja klar. Jetzt hatten wir gerade mit den Spaniern relativ viel Stress wegen der Super League. Ja. Real Madrid, Barcelona, Atletico wollten das unbedingt. Bayern und wir haben uns dem verweigert. Kommen wir gleich nochmal. Es hat genug Stress gegeben und von daher, ja, das ist, aber ist ja ganz schön. Aber ist ja ganz schön, weil da ist ja auch jetzt eine neue interessante Position für Herrn Watzke da, über die wir gleich vielleicht nochmal reden sollten nach dieser ganzen Geschichte. Aber vielleicht erstmal noch ganz kurz, es zog sich heute durch den Tag. Natürlich, was ist aus der Pandemie heraus, ja, gekommen? Also, jeder Tag ohne Besucher, jeder Spieltag ohne Besucher. Hat wie viele Millionen Verluste eingefahren? Ja, das ist schon dramatisch. Also, wir werden in diesem Geschäftsjahr, das ist ja jetzt am 30.06. zu Ende, 75 Millionen ungefähr Verlust machen. Wir haben 23 Heimspiele absolviert, wir verlieren bei jedem Heimspiel 4 Millionen. Das sind 92. Kannst du nicht gegen an, das ist wie die Lufthansa, wenn die ihr ganzes Flugnetz aufrecht halten müssen, ohne Passagiere. Wir haben jedes Spiel gemacht und hatten aber keine Zuschauer drin. Aber ich denke mal, dass das ja irgendwann wieder kommt. Wobei, Herr Kubicki, ich sehe so ein bisschen momentan nicht bei Ihnen. Sie sind ja eher mutiger Menschen. Aber ich sehe bei der Politik so ein bisschen momentan so ein bisschen Verzagtheit. Herr Lambsdorff, darf ich auch sagen. Wir müssen jetzt mal wieder... Warum jetzt? Wir müssen jetzt mal wieder zu einem Zustand erreichen, dass Leute, die zweifach geimpft sind, dann noch diese 14-tägige Grenze da sind. Warum dürfen die nicht ins Stadion? Das thematisiert momentan niemand. Aber wir werden das jetzt mal in den nächsten Tagen öfter thematisieren, weil da gibt es für mich ehrlicherweise keinen Grund mehr. Es war eigentlich eine unehrliche Diskussion zu sagen, es wird keinen Unterschied zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften geben, oder? Ja gut, ich kann das am Ende... Am Anfang kann ich es verstehen, wenn da drei, vier, fünf Prozent geimpft sind, dann willst du auch vielleicht nicht, dass es da irgendwelche gesellschaftlichen Dispute gibt. Aber irgendwie, wenn dann am Ende des Tages... Jetzt haben wir momentan, glaube ich, eine Impfquote von 43, 44. Ich verfolge das jeden Morgen, weil irgendwann hängt unsere Existenz auch dran. Aber wenn wir jetzt die 50 Prozent überschreiten oder mittlerweile auch dann auf die 25 Prozent der Zweitimpfe gehen, warum die nicht ins Stadion sollen, verstehe ich ehrlich gesagt. Aber nicht nur Stadion, sonst heißt es, die Fußballer, die wollen da wieder und so. Das gilt auch für Kultur, das gilt für alle Dinge. Aber das heißt, jede Teststrategie wurde abgelehnt? Nein, wir haben ja im Prinzip... Ich kann das verstehen, also während der zweiten und dritten Welle... Ich habe ab und zu auch mit Karl Lauterbach, wenn ich mal wieder richtig schlechte Laune haben wollte... Mit Lauterbach? Ja, wir verstehen uns eigentlich gut. Lauterbach, warm vom BVB. Der ist eigentlich ganz cool, wenn man mit ihm telefoniert. Aber dann... Du hast trotzdem immer das Gefühl nachher, ganz so toll ist es doch noch nicht. Das erzählt er abends bei Lanz, was er dann mit Ihnen besprochen hat. Das wissen Sie. Ja, manchmal. Aber jedenfalls jetzt während der letzten Welle, da sehe ich das, habe ich das eingesehen, dass wir da irgendwie auch, dass keine Zuschauer ins Stadion kommen konnten. Aber es geht sowieso nur mit Impfen. Klar. Jetzt kein Mediziner und auch kein Virologe und ähnliches, aber dass es nur über die Zahl der Impfungen ginge, das habe selbst ich verstanden. Sie haben Ihren Vertrag verlängert. 2025. Hatten Sie eigentlich nicht vor. Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Aber? Ich wollte es eigentlich so machen wie der Rummenigge. Wir hatten uns schon eigentlich verabfriert, dass wir uns dann künftig überall mal treffen. Auf Mallorca oder auf Sylt oder da. Wo es schön ist. Aber erst mal bin ich vier Jahre jünger als er. Das ist mir dann auch aufgefallen. Und ja gut. Und dann, wir haben jetzt so viel Minus produziert. Ich möchte eigentlich mal wieder mit ein, zwei Jahren mit positiven Zahlen dann irgendwann noch abtreten. Also so wollten Sie das Erbe jetzt nicht hinterlassen? Wodurch kann das wieder aufgeholt werden? So in dem kurzen, relativ kurzen Zeitraum? Weil die Einnahmeverluste werden ja so schnell nicht wieder reingekommen. Aufgeholt ist schwierig. Also wir haben jetzt in der ersten Pandemie ja 43 Millionen, jetzt 75. Wie willst du das wieder aufholen? Aber Verkäuze? Ja klar, du kannst ja eine ganze Mannschaft verkaufen. Das ist dann ungefähr so, wie wenn du mittelständischer Unternehmer bist und verkaufst deine ganzen Maschinen. Und dann wunderst du dich anschließend, dass du das nicht mehr produzieren kannst. Ist nicht wirklich der, nicht der ganz, man muss es so machen, dass man vielleicht clever einen mal verkauft und dann wieder ein bisschen dazukommt. Es gibt noch ein paar andere Themen, die ich im Hinterkopf habe, aber vielleicht gibt es auch so. Also man könnte auch zum Beispiel mal darüber nachdenken, Kapitallöhungen zu machen, zum Beispiel. So ist eine theoretische Frage. Also in der Richtung, weil jeder weiß ja, wenn wir wieder unsere Geschäftsgrundlage haben, werden wir auch wieder schwarze Zahlen schreiben. Vor Corona, in den 16 Jahren, wenn ich das jetzt noch mache, haben wir nicht einmal rote Zahlen gehabt. Und demzufolge denke ich, dass es irgendwann wieder normal wird. Hoffe ich. Frage ist, wie schnell, wenn jetzt im Herbst wieder die nächste Welle kommt, dann sitzen wir wieder da. Ja, warum die kommen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn wenn ich... Mutanten oder so. Ja, Mutanten, das Wort schon, da drehe ich schon durch. Gendergemäß könnten wir ja auch sagen Mu-Onkels, aber es sind Mutanten. Ja, hilft nichts. Ja, ich halte es ja da mit meinem Freund Friedrich Merz. Wir kommen ja aus Nachbargemeinden und haben ja unser ganzes Leben lang irgendwie immer Verbindungen gehabt. Ich gendere also auch nicht, definitiv nicht. Ich stehe auch dazu. Aber wer das gerne macht, wenn wir sowas tun, habe ich auch kein Problem mit. Nur, wenn ich morgens schon Mutanten lese, weil ich hatte ein bisschen Eindruck, jede Mutation wird ja sofort erstmal hochgeblasen, um auch dann wieder ein bisschen weniger Mut haben zu müssen. Und dann geht es erstmal sofort, dann kommt Karl Lauterbach oder irgendwas, 80 Prozent höhere Ansteckung. Ansteckung, dann geht das so in der Bild, so geht das innerhalb von einer Woche auf 30 runter. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich genauso wie die britische und was weiß ich welche noch hatten, impfen. Und wenn wir, ich habe mich auch impfen lassen, schön, wo das möglich war, mit AstraZeneca und dann auch mit den Nebenwirkungen und allem, aber trotzdem habe ich es ganz gut überlebt. Und wenn ich da im Zentrum gefragt habe, wie sieht das denn aus, dann sagen die mir Ende Juli. Okay, dann sind wir schon ganz weit vorne geschritten. Und deshalb ist für mich, egal ob Mutation oder nicht, bis jetzt habe ich immer gehört, dass die aktuellen Vakzine dagegen halten. Und dann gibt es für mich keinen Grund mehr, warum wir nicht in gewissem Maße auch wieder die Leute geimpft oder sie sind nicht geimpft. Denn warum soll ich 30 Prozent Geimpfte reinnehmen? Warum nicht 60, wenn sie geimpft sind? Ich denke, in der Anfangsphase muss man es vielleicht so machen, intelligent, dass man vielleicht vier, fünf Blocks im Stadion nimmt, wo man damit nicht so eine Zweiklassengesellschaft gibt, wo man dann noch unter Corona-Bedingungen, zwei Meter Abstand, doppelte Maske, tralala, dann vielleicht nicht Geimpfte reinlässt, um den Rest dann komplett mit Geimpften zu machen, aber ohne diese Dinge. Das wäre vielleicht ein Ansatz. Aber ich kenne schon den ersten Vorschlag dann möglicherweise von dem einen oder anderen aus der Politik, ja, lass uns mal mit 10 Prozent anfangen, dreh ich durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, 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 nein, entweder sind wir geimpft oder wir sind nicht geimpft. Ab wann würden Sie denn aufmachen? Trotzdem nochmal, ist es Theorie? Ja, bitte. Wenn die Politik jetzt sagt 40, 50? Nein, einfach nicht, nicht 40, 50. Ich würde sagen, wir machen wir vielleicht 20 Prozent der Stadions, das sind 16.000, die machen wir dann Corona-gemäß mit Hygienekonzepten, nicht geimpft. Da sind aus den 16.000 werden dann vielleicht 3.000, mehr ist das nicht. Ja, und die restlichen lassen wir rein, wenn wir so viele Geimpfte haben, die auch rein wollen. So würde ich sagen, aber wir werden ja jetzt die nächsten Wochen diese Diskussion auch mit den politisch Verantwortlichen aufnehmen. Ich war sehr froh damals im April, da war, ich habe ja da die Diskussion sehr häufig geführt, Karl-Heinz Rummenigge war auch oft dabei mit Armin Laschet und mit Markus Söder, war auch nicht so einfach immer mit den beiden, aber da sind sie ganz gut gemeinsam marschiert. Es war bis zum Ende nicht so ganz einfach mit den beiden. Ja, aber in der Phase haben sie uns sehr geholfen, das war ja damals, wo wir die Geisterspiele eingeführt haben, da hat sie das Gefühl, die Welt ist jetzt endgültig am Untergehen, es ist nur nichts passiert. Und ich denke, dass wir diese Diskussion jetzt wieder führen müssen. Wir haben ja Christian Lindner, nicht jetzt nur, weil die FDP gut vertreten ist, hat ja auch offensichtlich Gründe hier, aber Christian Lindner ist ja im Beirat von Borussia Dortmund auch. Ach, deswegen. Und surft ja gerade auf der ganz großen, wie die ganze FDP auf der ganz großen Umfragewelle und da kann die FDP sich ja jetzt auch mal verwirklichen. Also Herr Laschet kriegt das nicht so hin? Doch, der Armin kriegt das schon hin, den sollte man nicht unterschätzen. Ich habe das nie getan. Ich halte sehr viel von ihm, das bin ich auch nicht ganz objektiv, ich bin ihm schon seit längeren Jahren sehr freundschaftlich verbunden. Manchmal hilft es auch im Leben, unterschätzt zu werden und das ist bei ihm sicherlich der Fall. Und Armin wird, glaube ich, eins machen, wird gut in der Koalition zusammenarbeiten, wie es ja mit der FDP auch in Düsseldorf hervorragend funktioniert, komplett reibungslos. Ich bin ja da von Dortmund aus nicht ganz weit von Düsseldorf entfernt, also es wird reibungslos regiert und er wird gute Leute um sich versammeln. Der ist ja so ein bisschen wie der Helmut Kohl. Der mag das auch, wenn es ein paar Minister gibt, die auch dann strahlen, neben ihm strahlen. In den letzten 16 Jahren hatte ich den Eindruck, dass das nicht so das Primat der Politik war. Aber das wird wieder mehr, davon bin ich überzeugt und das tut auch dann einer Bundesregierung gut. Ja, gucken wir mal, wann er sein Team so vorstellt. Ja, jetzt zu dem, was Sie am Anfang erwähnten mit Rummenigge zusammen, geht es jetzt in den sogenannten European Club Association. Also man kann sagen, Hans-Joachim Watzke hat eigentlich mehr Einfluss denn je. Ja, sagen wir mal so, da war ich schon vor Corona drin. Das hat noch keiner gemerkt. Naja, aber jetzt nach der gescheiterten... Naja, weil die alle raus sind. Es gibt ja jetzt im Prinzip nur drei große Klubs. Das ist Bayern München, Borussia Dortmund und dann Paris. Wir sind der Rest von den Großen und wir sind die Einzigen auch, die da noch in der ICA quasi da rumlaufen, neben vielen Kleinen natürlich. Und insofern, das ist richtig. Da haben Sie recht, Frau Christian. Unser Einfluss ist sicherlich da ein bisschen größer geworden. Aber das tut den deutschen Fußball auch mal ganz gut, wenn wir bestens im Vereinsbereich da einen gewissen Einfluss haben. Was haben Sie denn da jetzt vor, Herr Hartz? Ja, was heißt das? Also wir sind unter uns, Sie können ganz offen reden, keine... Nein, was ich zum Beispiel... Ich habe einen sehr guten Draht zum UEFA-Präsidenten. Was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, erstmal müssen wir 50 plus 1. FDP hat eine Anfrage im Bundestag gemacht, habe ich gerade gesehen. Also 50 plus 1 muss auf jeden Fall in Deutschland bleiben, weil das sorgt dafür, dass die Eintrittspreise vernünftig bleiben. Und Fußball muss so sein, der muss bezahlbar bleiben. Und zwar für die ganze Gesellschaft, damit auch die ganze Gesellschaft noch Themen hat, über die sie reden kann. Zweites Thema, ganz wichtiges. Ich möchte, dass wir international wieder Stehplätze haben dürfen. Ich sehe da eigentlich gar keinen Grund, warum wir in der Bundesliga Stehplätze haben dürfen, international nicht. Wenn die UEFA müsste einfach nur sagen, passt mal auf, wir lassen wieder welche zu. Wenn das jeweilige Land das möchte. Die Engländer lehnen das komplett ab. Die haben auch eine andere Historie. Aber ich glaube, das würde mal wieder ein Spiel gegen Real Madrid vor 81.000 mit der Südtribüne, der größten ununterbrochenen Tribüne, die es auf der Welt gibt. Das wäre schon ganz cool. Das sind so ein paar Dinge. Und da müssen wir sicherlich auch mal darüber nachdenken, dass wir eine intelligente Lösung finden, wie man vielleicht die Gehälter in eine etwas günstigere Relation noch zum Umsatz bekommt. Und Salary Cap hört sich immer toll an. Klappt aber nur in Amerika. Und ich warne davor, Amerika immer nur als das glorreiche Beispiel zu sehen. Warum klappt das hier nicht? Ja, weil die Amis auch anders denken. Muss ich ganz ehrlich sagen, die verstehen ja nicht. Ich habe ja jetzt mit vielen dieser Besitzer von den Clubs, die Super League, die sagen mir, was ist das denn da für ein Mist bei euch mit Aufstieg und Abstieg? Warum macht ihr denn sowas? Habt ihr doch gar keine Planungssicherheit. Ja, und das ist zwar betriebswirtschaftlich richtig, aber am Ende des Tages ist das nicht unsere Art von, wie wir Fußball und wie wir Sport machen wollen. Und das ist, ich weiß auch, Franz Beckenbauer hat mir mal erzählt, wo der das erste Spiel mit Cosmos New York gemacht hat, da haben die gespielt bei den Tampa Bay Rowdies. Und er hat dann so drei Leute umspielt und hat dann aufs Tor geschossen. Der Ball ist zehn Meter drüber gegangen, das ganze Stadion ist aufgestanden, hat gejubelt, weil die gedacht haben, das wäre ein Tor. Und naja, Moment, das würde uns bei Cricket oder so nicht anders gehen. Ja, aber die sollen das auch machen, die sollen die Bälle weiter über die Latten schießen. Aber wir müssen in Europa auch so viel Selbstbewusstsein haben, wir müssen unseren Fußball spielen und unseren Sport treiben. Und dieser Sport heißt eben auch Aufstieg, Herr Gernandt, Aufstieg und dann auch Abstieg. Das war jetzt gemein irgendwie, oder? Nein, das war eine Hoffnung. Ach so. Ich nehme das so als Hoffnung. So als Hoffnung. Wir sind vorbereitet. Das sagt ihr jedes Jahr, aber egal. Gucken wir mal, wie es wird. Lieber Hans-Jahr Watzke, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank und viel Glück dafür. Danke. Wir danken. Bis zum nächsten Mal.